Kurzer Kami-Check. Was machst du? Den? Das darf man nicht sagen. Janis macht den D-Check. Das ist meine erste Gym-Fashion mit Booster. Was? Das reicht nicht so. Ich habe wirklich Angst. Nein. Ich bin wirklich aufgeregt. Janis fängt jetzt mit Klimmzügen an. Oh, komm. Oh, oh, oh. Schade. Ich muss jetzt erstmal hier reinkommen. Ich komme nicht raus. Look at the booty. Yes. Was ist das denn? Ich werde die einfach gemobbt. Kommt eine Maschine. Voll krass. Reicht auch, wir können nach Hause.